servus meine freunde herzlich willkommen bei einem neuen video wie im intro schon gesehen erahnst du warum es ganz hier geht es geht um sogenannte intercom headsets das ist das nette schmuckstück hier ihr habt ihr gesehen das setzt man sich so auf und man kann dann kommunizieren und jetzt fragst du dich was sind genau intercom headsets und brauche ich so etwas intercom headsets macht erstmal sind ab einer teamgröße von zwei personen und das benutzt man für gewöhnlich auf projekten wie zum beispiel bei einem festival oder auch zum beispiel auf einer hochzeit der sinn der ganzen geschichte ist ganz ganz einfach bei einem festival hast du meistens eine regie wenn live zum beispiel bild auf eine bildfläche übertragen wird und du hast in der regel auch mehrere kamera operator und die regie muss ja natürlich mit diesen operatoren kommunizieren war das ganze live läuft das heißt du musst erstmal flexibel sein und du brauchst eine schnelle auffassungsgabe denn der regieführer oder die regie der direktor je nachdem sagt dann hey operator geht dahin und oder geht dahin und macht dies oder macht das disclaimer erst mal vorweg das sind headsets von der marke oder dem hersteller rolle ich glaube die meist unter euch kennen diese marke rolle war so freundlich und hat mir das ganze set für das video zur verfügung gestellt selbstverständlich bin ich frei und kann meine ehrlich und transparente meinung äußern wie gerade raus gehört hat das intercom headset von rolle eine ohrmuschel das heißt der ton kommt aus einem ohrpolster es gibt keine zwei ohrmuscheln des weiteren ist auf der anderen seite nämlich die halterung und dort kann man den akku einsetzen das finde ich cool dass man den akku einfach flexibel ein oder auswechseln kann und nicht dass es fest verbaut ist kann er nämlich sein dass der akku irgendwie nicht mehr lange hält oder kaputt geht dann kann man das ganze hier tauschen dann haben wir den mikrofon mit windschutz dann gibt es einen ein und ausschalter eine a und b taste dazu komme ich dann im anschluss die lautstärke tasten das ist ja selbsterklärend und wir haben einen usb c anschluss darüber kann man das ganze nämlich steuern bzw aufladen wenn ein akku drin ist oder man kann das ganze auch dann währenddessen bedienen das ist ziemlich cool eine status led und vor allem was mir sehr sehr gefallen hat einer 35 millimeter klinken anschluss das ist ziemlich nice die features sind auch ziemlich cool man kann die headsets oder alle headsets besser gesagt als master einstellen der master ist derjenige der quasi kontrolle hat über allen anderen headsets also über die remote headset zumindest das heißt er kann zum beispiel alle stumm schalten und selbst reden oder er kann einfach dann sagen dass die anderen auch reden dürfen dementsprechend kann man das ganze auch zum beispiel in gruppen aufteilen das heißt bei dem fünfer set kannst du zum beispiel sagen hey ich habe ja fünf headsets dann habe ich eine gruppe mit einem master und zwei remote oder zum beispiel die zweite gruppe mit einem master und einen remote und das coole ist das kann man wirklich flexibel einsetzen oder auch beziehungsweise skalieren bis zu 18 headsets kann man hier wirklich koppeln und paaren wenn man den mikrofon dann so auf hat und dann wieder hoch schaltet dann kann man das in dieser form das ganze stumm schalten wenn man reden möchte einfach runterziehen und es kommt auch eine sprachansage wenn du das hoch machst dann das ist halt dann stumm geschaltet ist natürlich gibt es hier auch eine funktion oder ein feature und zwar neues cancelling das kennen wir alle das gibt es ja bei jedem headset mittlerweile das nennt sich aber hier also akustik echo cancellation das ganze kann man dann zum beispiel per knopfdruck ich glaube das war die a taste oder die beta ich weiß es leider nicht mehr einmal draufdrücken aktivieren oder deaktivieren das weitere feature ist der 3,5 mm klinken anschluss das hat mir persönlich am meisten gefallen das geht eigentlich gar nicht um diese sache hier weil es hat ja einen anderen sinn das headset aber das ist mir ja schon passiert und zwar ich hatte keine also keine kommunikation mit der regie aber hätte sie eigentlich haben müssen weil ich ein interview geführt habe wäre es ziemlich cool gewesen die headset so aufzusetzen mit der regie zu kommunizieren und zeitgleich parallel mit einem 3,5 mm klinken anschluss kann ich das audio vom interview monitoren das heißt ich kann beides hören wenn es sein muss und das ist ziemlich geil das kann man wirklich gebrauchen roller gibt an dass es hier eine kommunikationsreich weit von 350 metern hat das ganze werde ich mal testen ich glaube jetzt nicht dass es jetzt so viel ist vor allem wenn du zum beispiel irgendwo bis wo es noch andere störsignale gibt oder wände etc pp und eine betriebsdauer betriebsdauer also akkulaufzeit von bis zu 20 stunden und die ladezeit beträgt hier 2,5 stunden ein weiteres highlight ist dass die kommunikation über ein 2,4 gigahertz frequenzbereich funktioniert das sollte auf jeden fall für eine stabile verbindung sorgen diese gelegenheit habe ich natürlich genutzt und bin mit einem kollegen rausgegangen und habe angefangen dann die reichweite zu testen und ich muss ehrlich sagen wir waren sehr überreicht über die reichweite und die stabile verbindung ich gebe das mal jetzt einmal google map ja jetzt guck mal bei google ok ja ich höre es gerade bei mir auch da steht 260 meter bei unserem test wie ihr gerade gehört habt haben wir jetzt ungefähr 250 260 270 meter geschafft wir waren auf offener straße und haben das ganze mit laternen gemessen und dann später mit google maps also standorte und da kam halt das ergebnis raus ich denke die 350 meter sind wirklich unter perfekten äh umgebungen beziehungsweise bedingungen aber die 260 meter waren wirklich aus meiner sicht eine glanzleistung die bedienung ist hier auch sehr sehr einfach wenn man möchte kann man auch das over ihr ohrpolster nämlich tauschen das heißt du kannst zum beispiel das was du gerade siehst also das originale dran lassen oder du sagst hey ich möchte keine over ihr ich möchte zum beispiel und ihr ohrmuschel haben dann kannst du das ganz einfach hier austauschen auf der gegenüber linken seite haben wir die möglichkeit auch den akku einzusetzen was ich vorher erwähnt hatte und du kannst zum beispiel über den usb c port das headset zum beispiel betreiben und oder du kannst zum beispiel auch den akku aufladen ebenso ist auch die kopplung aus meiner sicht ein kinderspiel um das ganze zu koppeln musst du erst mal die a taste drei sekunden lang drücken und dann kannst du den kopplungs modus aktivieren oder sogar abbrechen wenn man die kopplungs taste also die a taste hier in dem falle acht sekunden lang gedrückt hält dann kann man das headset in den master oder in den remote modus einstellen jedes headset kann als master oder als remote verwendet werden und über die plus taste kannst du wenn du das ganze drei sekunden lang gedrückt hält die sprachansage dazu hören b taste kurz drücken um beispielsweise hier die rauschunterdrückung zu aktivieren oder zu deaktivieren was ich vorher erwähnt hatte kommen wir zu einem weiteren punkt der eigentlich aus meiner sicht gar nicht so unwichtig ist der ist eigentlich auch wichtig und zwar material und qualität was ich dazu sagen kann ist ja es ist hier überall aus plastik es hat jetzt aus meiner sicht nicht die beste qualität man muss das ganze natürlich jetzt neutral und ehrlich beantworten der bügel hier an der stelle ist ziemlich dünn es gibt hier fast keine polster aber die frage ist jetzt stört das eigentlich so eigentlich nicht wäre es besser als gepolstert ist ja es wäre besser definitiv das ganze an also der mikrofon hier runter hoch machen das fühlt sich hochwertig an also man merkt hier ist starkes gewinde das ist ziemlich gut den bügel dass man das hier größer machen kann ist ein bisschen schwerfällig das ist nicht so geschmeidig finde ich jetzt eigentlich gar nicht negativ im gegenteil dann hast du halt nicht das problem dass es irgendwie ausleiern könnte rein theoretisch gesehen das finde ich trotzdem gut die tasten haben diese geräusche ist okay der der druck und das gefühl wenn man drauf drückt ist eigentlich ganz gut des weiteren ist die andere seite die ich schon viel besser hier gepolstert muss ich ehrlich sagen das ist gut aber es geht besser also material ist in ordnung es ist in ordnung es gibt natürlich viel schlechtere sachen aber es gibt auch wesentlich wesentlich bessere sachen ja und dazu kommen wir auch zum nächsten punkt und zwar preis und variationen das kann man dann jetzt hier besser erklären es gibt das ganze in drei verschiedene sets es gibt das ganze einzeln dann hast du das ganze mit einem usb c kabel und ein ladegerät und ein headset und ein akku das kostet 149 euro da gibt es ein zweier set das ist das gleiche nur mit zwei und alles zweimal und ein fünfer set das zweier set kostet ich muss kurz spicken 249 euro und das fünfer set kostet 499 euro das heißt bei einem fünfer set bekommst du jedes einzelne headset für ungefähr 100 euro andere intercom headsets ich habe letztens welche gekauft die kosten zum beispiel drei stück zwei stück glaube ich waren das zahlt man schon das doppelte an dem was du hier zahlst ja also 800 900 euro für zwei stück und direkt zu fünf stück für 499 euro das erklärt natürlich jetzt hier die qualität dass man hier irgendwo einsparen muss und jetzt würde ich sagen wir switchen rüber wie das wirklich aber einem echten projekt aussieht um die headsets besser testen zu können habe ich mir gedacht ich gehe auf eine hochzeit vor allem auf eine türkische hochzeit denn das ist ein extrem test es ist extrem nämlich laut vor allem ist das ganze immer neben lautsprechern und das ganze haben wir dann getestet ich habe die kollegen eingeweiht und ich würde sagen ich erzähle mal wie das ganze abgelaufen ist servus meine freunde ich bin jetzt von der hochzeit weggegangen und ich habe das ganze da ausgiebig getestet mit den leuten die waren so freundlich und die haben mir da wirklich sehr sehr geholfen und was mir da als erstmal aufgefallen ist was positiv ankam bei den roller headsets ist der filter also da ist ja irgendein intelligentes system sage ich mal anführungsstrichen also das heißt diese aec technologie der hat die umgebungsgeräusche wirklich sehr gut raus gefiltert ja also zumindest als da musik war von der band die alt sehr sehr laut ist die wurde sehr gut raus gefiltert weil auf türkischen hochzeiten eignet es sich sowas zu testen sehr sehr gut weil türkische hochzeiten sind extrem laut und die operator sind halt sehr sehr nah an den lautsprechern dann haben wir das ganze halt getestet ich habe das ganze so aufgesetzt und wir haben auch zugesehen dass die seite wo die ohrmuschel nicht da ist auch das ohr abdeckt damit halt mehr und damit halt ganze sage ich mir mehr abgesichert beziehungsweise geräusche raus gefiltert werden ja das heißt dass wir nur für wirklich unsere eigene stimme hören und wir mussten leider das ganze dann abbrechen wir haben uns nicht mehr verstanden also wir haben geredet und der die regie hat ständig versucht irgendwas mitzuteilen aber das hat man gar nicht verstanden was er sagt also dann haben wir direkt das sofort weg getan und haben dann zu den anderen intercom headsets gegriffen auf hochzeiten das war ja ein extrem test würde ich das ganze wirklich nicht empfehlen so leid es mir auch tut also auf hochzeiten wo es extrem laut ist ja also auf türkischen hochzeiten ist das leider nicht zu empfehlen aber auf festivals wo es nicht so laut ist wo es nicht so laute musik gibt da kann ich das natürlich empfehlen es ist auch nämlich leicht damit schwitzt auch weniger wir haben es ist ja mittlerweile 30 grad es ist sehr sehr heiß aber das problem ist ich glaube der filter ist zu stark und das hat dann dazu geführt dass die stimme wie so voice crack sage ich mal roboter stimmen stimmenartig rüber gekommen ist ich habe das jetzt noch nicht in so einem kinosaal oder auf festivals getestet ich kann mir vorstellen dass es bei open air eigentlich gut funktioniert oder bei interviews ist es auch ziemlich gut das weitere was noch aufgefallen ist es gibt ein delay das heißt wenn ich rein spreche es ist nicht synchron mit meinen lippen mein gott ja aber die anderen intercom headsets da gab es diesen delay nur minimal und hier gab es den delay schon gefühlt 0,5 sekunden ist jetzt nicht so schlimm aber das wollte ich am rande mal mit anmerken also das heißt meine eigene meinung ist so es ist in ordnung preislich ist es wirklich richtig geil aber auf hochzeiten oder auf events wo es sehr laut ist kann ich leider das produkt dafür nicht empfehlen einfach aufgrund der tatsache dass man einfach einander nicht richtig versteht aber so in normalen umgebungen hier ist es ziemlich leise nicht so es muss nicht so leise aber wo es ein bisschen lauter ist als hier kann man das auf jeden fall benutzen und im freien kann man es auch auf jeden fall benutzen schade dass es nur auf einer seite den ohrmuschel gibt und nicht auf zwei seiten hätte ich mir wirklich sehr sehr gewünscht das kann sein vielleicht dass ich dann die andere person vielleicht besser gehört hätte wenn es auf beiden seiten den ohrmuschel hätte das ist meine meinung dazu ihr bekommt nochmal mit meinem code 15 prozent rabatt auf die headsets es gibt ja schon gesagt drei kategorien einer zwei und fünfer set gibt es auf jeden fall zu kaufen ich hoffe das video hat euch gefallen und dann sage ich macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao